So, ich bin mal hier zurück. Ihr seht, ich habe einen Schlachtenbus gefunden. Nun, ihr werdet es nicht glauben, wo. Nämlich in Daly. Ich bin jetzt hier gerade an der zweiten Tankstelle. Also, ich habe euch gesagt, es wird nicht so einfach. Ich empfehle euch doch den anderen Ort eigentlich. Weil in Daly sind eigentlich gefühlt alle woanders hingegangen. Wahrscheinlich, weil die da die Eierobachten machen. Aber, ich habe euch gesagt, haltet die Augen offen. Ich wollte nämlich eigentlich die Aufgabe mit den Schockwellen machen. Wollte in Daly landen, mir da halt die Metz holen. Und vielleicht habe ich ja Glück und Finschockwellen. Aber, dadurch hat sich halt jetzt ergeben, dass ich halt den Bus gefunden habe. So, hier haben wir die dritte Tankstelle. Zack, und so haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Ich kann es euch nochmal gerade auf der Karte zeigen. Wie gesagt, ich bin jetzt von Daly hier rüber und habe dann quasi so alles geholt. Und, ja, du brauchst aber für mich zu töten. Oh, der Tank ist alle. Aber, ihr habt es gesehen, so könnt ihr die Aufgabe schaffen. Wie gesagt, in Daly. Warte mal, wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Da ist hier noch eine Tankstelle. Dann haben wir in Sleepy müsste auch noch eine Tankstelle sein. Aber, wie gesagt, ich habe es von Daly jetzt hierhin geschafft. Von dort aus hierhin und von da aus bis Creasy. Also, es ist zu schaffen, wegmäßig. Also, so könnt ihr die Aufgabe auch schaffen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Nämlich, an dem anderen Ort landen halt gefühlt alle. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Level und haut herein. Und dann. Vielen Dank.